Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frontiers of Pandora mit Operario von Holstron TV. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem sich kurzfristig ergebenden Materialvideo. Wir befinden uns am Dampfaußen, an der Dampfaußenstelle Bravo, in der südöstlichsten Ecke. Unsere Karte ist das ungefähr. Und zwar natürlich wieder und wieder am dicken fetten grünen Punkt. Denn ich habe durch Zufall, durch Zufall hier beim Pünktchen sammeln für Gesundheit, habe ich hier eine Leopardenpalpe entdeckt mit Schutzfrucht in ausgezeichneter Qualität. Die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Die will ich euch natürlich vorenthalten. Und dann machen wir auch gleich den Pflücktest. 5 Uhr würde ich sagen. Ungefähr 5 Uhr. So, das war es schon. Also wie gesagt, immer schön umgucken, egal wo ihr seid. Es kann sich immer lohnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund.